Hallo und willkommen zu meinem Rust-Tipp Nummer 5. Mit diesem Trick habt ihr die Möglichkeit, euch an komplett dunklen Orten, wie zum Beispiel einer solchen Kanalisation, wie ihr sie in vielen Monumenten findet, euch auch ohne Fackel zu orientieren. Was ihr dafür nur braucht, ist ein Bauplan und dort wähle ich ganz gerne immer das Roof aus. Mit diesem Roof könnt ihr jetzt quasi durch diesen dunklen Ort gehen und wie eine Fledermaus beispielsweise euch orientieren und sehen, wo quasi dieser Tunnel lang geht, dieser Kanalisation. Und so hat man auch die Möglichkeit, beispielsweise Gegenstände, die auf dem Boden sind, wie zum Beispiel dieser AK, zu finden. Und wenn ihr dann weitergeht, findet ihr auch so sehr leicht immer die Leiter, wo es dann wieder zum Tageslicht geht. Soviel zu diesem Trick und viel Spaß und bis zum nächsten Mal.